Kampf gegen Fitnessmodel Das kommt unerwartet, Ex-Bundesliga-Spieler und Kult-Trainer Soesten Legat steigt bald als Markkämpfer in den Ring. Sein erster Gegner ist ein Fitnessmodel, und 23 Jahre jünger. Der frühere Bundesliga-Fußballer Soesten Legat versucht sich künftig als Kampfsportler. Am 1. September tritt der 49-Jährige in der Kölner Lanxess Arena im Rahmen der German-Mark Championship gegen Fitnessmodel Dominik Harrison im Käfigkampf an. Ich komme vom Straßenkampf und hab schon einige Hinterhof-Kämpfe gemacht, erklärte Legat. Dass sein Kontrahent 23 Jahre jünger ist, sieht Legat nicht als Nachteil. Ich bin etwas älter und ich kenne die ganzen Tricks. Ich werde nicht viel erzählen, nur so viel, es wird richtig zur Sache gehen und wehtun. Legat hatte früher 243 Bundesliga-Spieler bestritten und mit Werder Bremen die deutsche Meisterschaft gewonnen. Danach erreichte er durch seine exzentrischen Auftritte als Trainer des Landesligisten FC Rehmscheid-Kult-Status. Außerdem ging er 2016 in RTL Jungle Camp. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht unter allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Wir wollen alle Debatten auf t-online.de schnell und sorgfältig moderieren, und können deswegen aus der Vielzahl unserer Artikel nur einzelne Themen für Leser-Debatten gezielt auswählen. Dabei ist uns wichtig, dass sich das Thema für eine konstruktive Debatte eignet und es keine thematischen Doppelungen in den Diskussionen gibt. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Wir freuen uns auf angeregte und kontroverse Diskussionen. Eine Liste der aktuellen Leser-Debatten finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren.